Und weh, du untersuchst den Skimm noch weiter. Dann komm ich rüber, dann kommst du... Dann komm ich zu dir und gib dir der Schelle. Aber das mit einer Aufnahme. Ist bei mir keiner in der Lange. Ah ja, jetzt sehe ich dich. Die letzte Minute im Livestream. Die letzte Minute. Das später dauert auch nur 2 Minuten. Deswegen ja. Und jetzt ist nur 18 Uhr. Aber genau jetzt sollte der Leistung zu Ende sein. Aber du hast ja auch eine Halbstunde später angefangen. Richtig. Vielleicht sind wir schon eine Halbstunde länger machen. Ja, aber ich gehe gleich noch schwimmen. Der geht sich waschen. Ja, ich gehe mich waschen. Vielleicht gehen wir dann noch die Lange waschen. Tja, ich bin halt das perfekte Gegenteil dazu. Ach und Falke, ich dachte, du bist hier doch der politische Falke. Ich habe gehört, Falken waschen sich nicht so gerne. Ja, aber du bist doch so einer der, bist du so ein typischer Falke, der auf die kleinen geht. Also der auf die ganz kleinen, zarten Tiere geht und sie frisst. Also bist du nicht so ein typischer Falke, okay. Also bist du einer der coolen Falke. Alles klar, das wusste ich zwar schon vorher, aber ich wollte es auch mal von dir gehört haben. Ich habe dich alle lieb. Ja, ich habe dich auch lieb. Mach die Pär, mach die Pär. Da kommt doch schon, ich höre das am Bauen. Ich komme noch nicht. Oh, der hat sich das noch nie gesehen. Ne, doch mal nicht. Ah, Jungs, ich habe was anderes gehört, was du hier hast. Das waren die Tribute von Pane, was du gehört hast. Ach so, okay. Überall. Was? Nein. Oh, bitte. Das ist doch so. Aber so ein Blut hat sich das nicht. Aber so ein Blut hat sich das nicht. Das war unfair. Ja. Ja. Okay. Danke. Und GG. War es das auch von mir? Ich verabschiede mich aus dem Stream. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall mal wieder sehr viel Spaß mit Falke. War nett, dass du dabei warst, mich unterstützt hast. Ich habe mal sehr gerne. Ich habe mal wieder. Oh, nee, ich bin mit Strom zu her. Okay, ich bin mit der Strom zu her. Na ja, alter. Oh, nein. Oh, nein. Geil, ich habe so viele Dinge erzählt. Und will, du untersuchst den Skimm noch weiter. Dann komme ich rüber, dann kommst du. Dann komme ich zu dir und gib dir eine Schelle. Aber das mit einer Aufnahme. Ja, ohne Spaß. Ohne Spaß, ich beende gleich. Ich mache gleich Stream-Pause, fahre zu dir. Gib dir eine Schelle, komm wieder her und mache den Stream wieder an. Geil, die guckt nach oben, Hans. Die guckt nach oben und stoppt. Ah, sie sieht niemanden, okay. Ach so. Ich bin heimlich, ja. Hast Falke da. Ich schreibe, hast Falke da. Ohne Spaß, Falke. Manchmal bist du echt so ein kleiner, peinlicher Wicht. Ach, gar nicht. Weil das ist so mal, dass das, ähm, das, äh. Brauchst du noch ein paar Blöcke? Ich habe 20 dabei. Warte, ja. Ja, warte, warte, warte. Jetzt haben wir die Blöcke gut. Okay, hier. Ich gehe nochmal neue holen. Das ist Multitasking. Äh, rückwärts laufen, rechts flieghalten und nasekratzen. Boah, harter Kerl. Warte, brauchst du noch ein paar Blöcke? Ich habe noch so ein Stack dabei. Ja, so 5, 6, 7, freut dich noch. Ja, okay, hier. Kriegst du einen ganzen Stack. Ja, das ist doch wunderbar. Nee, das ist falsch. Nee, das ist falsch. Ist die Rune, das ist falsch? Keine Ahnung. Ja, die Rune ist falsch. Oder was? Hä? Nee, wie dort geht denn? Nee, das ist gut. Ja. Nee, das ist gut. Warte, warte, komm, warte, 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 warte. Wir brauchen eine Spitzhacke. Oder brauchen wir gar keinen? Los, lauf, ich gebe dir Deckung. Ja, ja, wir haben verloren. Ja, ja, wir haben verloren. Ja, ja, wir haben verloren. Ja, das war wieder eine nächste Runde. Ja, ja, Falke, du kannst nichts. Du hast noch Schluss da. Wieder ist. Falke, du kannst. Bis zum nächsten Mal.